In jeder Krise gibt es Gewinner. Und die Frage ist, was machen denn die Gewinner anders? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR Die Ergebnisse, die du jetzt hast, die hast du, weil du das tust und das denkst, was du jetzt gerade machst. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR